Black Mass. Ab 15. Oktober im Kino. Hör mir gut zu, denn ich sag das nur einmal. Jimmy, seit wann bist du raus aus Alcatraz? Das ist fast zehn Jahre her. Wunderbar, dass du jetzt wieder hier bist. Du wirst einiges über mich hören. Blöden, abgefuckten Scheiß. Und das meiste davon, wenn nicht sogar alles, sind beschissene Lügen. Einfach pure Erfindung. Black Mass. Ab 15. Oktober im Kino.